George Charles de Wohl, J.R., war ein US-amerikanischer Erfinder. Leben. Er interessierte sich seit seiner Kindheit für technische Dinge und erwarb seine erste praktische Erfahrung bei Riyadon Preb. Er gründete 1932 die Firma United Cinephone Corp. Seine Entwicklung zum Tonfilm stellte er ein, als er erfuhr, dass RCA und Western Electric im gleichen Bereich arbeiten. Er baute dann die photoelektrisch betätigten Türen Phantom Doorman, deren Fertigung von Yale und Amptown übernommen wurde. Und andere Produkte mit Steuerungen aus Fotozellen und Elektronenröhren. Er entwickelte auch ein Barcode-System zum Sortieren von Paketen. Er entwickelte auch die Orthoplane-Beleuchtung für die Textilindustrie. Das wichtigste Produkt waren Registrierungen für Druckmaschinen und Verpackungsmaschinen. Er entwickelte auch drahtlose Maschinensteuerungen, die im Krieg als Abstandszünder für Flaggranatenverwendung fanden. Im Zweiten Weltkrieg verkaufte er seine Cinephone-Anteile und wandte sich an Sperry Gyroscope, wo er Leiter der Abteilung Special Projects wurde, die Testausrüstungen für Radar- und Mikrowellengeräte entwickelte. Er wechselte dann zur Autoordnenskompanie, die Thompson-Maschinenpistole bauten. Für die er 1943 in Greenwich die Tochterfirma General Electronics Industries gründete. Die bis Kriegsende größten Hersteller von Radar- und Antiradarausrüstung wurde. Nach Meinungsverschiedenheiten wechselte er kurzzeitig zur LCA. 1946 meldete er ein Patent für ein Magnetaufzeichnungsgerät zur Maschinensteuerung und ein digitales Abspielgerät an. 1946 gehörte er auch dem Team um Percy Spencer an, das den Mikrowellenofen für den Hotdog-Automaten Speedy Winnie entwickelte. In den frühen 1950ern lizenzierte Remington Rand sein digitales Aufzeichnungssystem und er wurde Leiter der Abteilung Magnetik. Die Magnetaufzeichnungssysteme für Geschäftsdaten entwickelte, für das es sich allerdings als zu langsam erwies. Zwischenzeitlich war der Transistor erfunden. 1954 meldete er das US-Patentnummer 2988.237 für seine Universal-Automation ein. Auf seiner Suche nach Geldgebern wandte er sich an Manning, Maxwell & Morel in Stratford, Deren Chefingenieur der Luftfahrtabteilung Josef Engelberger sehr interessiert war. Kurz nachdem Devol seine Patente für seinen Roboter an Manning, Maxwell & Morel verkauft hatte, wurden das Unternehmen von Dresser Industries übernommen. Da Dresser nicht an der Luftfahrtsabteilung und seinen Roboter-Patenten interessiert war, suchten sie einen neuen Geldgeber für die Übernahme der Abteilung, wobei sie Consolidated Diesel-Electronic fanden. Diese willigten ein, die weitere Entwicklung zu finanzieren. Die neue CONDEC-Abteilung wurde Unimation Incorporated in Danbury mit Engelberger als Präsident. 1961 lieferten sie ihren ersten Unimate-Roboter an General Motors aus. 1975 machten sie ihren ersten Profit. 1978 entwickelte Victor Scheinmann bei der Unimation Inc. den Puma, Der Wohl erhielt später weitere Patente zu visuellen und taktilen Sensoren für Roboter, Coexil-Steckverbinder, Einwegverpackungen und magnetostriktiven Manipulatoren oder zudem von ihm geschaffene Feldmikrorobotik. Robotik 4. 4. 5. 6. 12. 15. 15.